Okay, mach ich mal kurz eine Alduar-Markierung. Nicht, dass mal drei Häuser nebendran laufen und dann kläglich sterben, kurz vorm Ziel. Was kommt da von den fernen Sternen aus den tiefen, dunklen All? Es ist das Kartoninchen hier zum Stream. Es bringt euch wahnsinnig klarer Fall. Ja, schön. Lederhammer genug oder soll ich mitbringen? Lederhammer kannst du aber trotzdem mitbringen. Ich gehe zuerst mal auf Cocktop suchen. Für eine Forge reicht das mindestens. Hier sind ganz schön viele Häuser. Jetzt kommen sie rein. Da möchte irgendwo ein Hund sein. Ich höre ungern Hunde. Ich höre ungern, da müsste irgendwo. Oh scheiße, 90 Grad, ich brauche einen Hut. Und ich falle da. Ja, der ist hier drinnen. Die kommen hier gerade alle rein. Oh Mann. Komm, Cocktopf, Cocktopf, Cocktopf. Ich habe jetzt schon einen Hutcontainer ohne was drin. Ach Mädels. Ich habe doch gerade keine Lust drauf euch da. Das ist doch wieder ausreichend Gerechtigkeit. Wir kommen wieder an. Hase. Scheiße, Killerhase ist hier. Okay, ich habe eine Eisenschaufel hier drin. Könnte noch irgendjemand in die Feuerwehr rein? Ja, ich komme jetzt gleich zurück. Ist das nett. Ich versuch gerade noch ein paar Wochen. Ich will Mets, 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 Mets. Das Team macht Glück. Genau. Das Team macht Glück. Warum haben wir schon wieder Feuerwehr? Nimm mal zum Fragen so. Die Feuerwehr wäre immer super. Irgendwie ist das so ein leichter Fetisch. Wie viel Feuerwehr waren wir? Ich nicht. Scheiße. Das ist gerade ungünstig, weil wir direkt bei der Tür sind. Weißt, was ungünstig ist? Ungünstig ist das, was hier drinnen ist. Also wenn man da kein Reichen noch drauf finden kann. Dann... Könnte es doch noch sehr seltsam. Oh, hallo. Aber wir können auch einen machen, oder? Wenn wir eine Forge zusammen haben, können wir doch einen herstellen. Ja. Scheiße, da fehlt mir kein. Es gibt es nicht schon wieder Munition gefunden. Das ist wirklich einfach toll. Ich kann es dann echt nicht mehr hören. Habt ihr noch nicht wieder 14? 14,7. Ah, okay. Ich mach mal schnell den Start. Bevor es wieder zu spät wird. Als bekannte Strategie? Das vermute ich mal, oder? Ja. Wir haben diesmal nur ein bisschen mehr Aussicht. Ich geh hier auf den Geist. Haulich hin. Geht ihr dann? Geht ihr immer noch die, äh... Feuerwehr-Stattung? Den ist nicht normal. Ähm, Feuerwolf, der Schlafsack ist ungünstig gesetzt, ne? Geht ihr immer noch die, äh... Feuerwehr-Stattung? Ja, immer noch, ja. Mach die mal weiter nach links. Ich baue dann wieder meinen Schlafsack rum. Geschütztes Lackchen? Ja, gerne. Ah. Endlich kann ich von da oben runter. Hast du noch Holz, oder hast du genug? Was? Hast du Holz, oder hast du genug? Ja. Ist der Soldat jetzt auch hin? Ja. Gut. Der hat mich ja am meisten aufgeholt. Ich bin gerade in der Nähe von der Feuerwehr. Wir sind drinnen. Ja, wir sind alle drauf. Ist das, äh, Haus 4? Sonst ja. Es war jetzt nur die Horde. Haus Nummer 4? Keine Ahnung. So weit, so gut. Super, dann geh ich wieder raus. Okay, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Um die 200 wäre nicht schlecht. Äh, ich hab nur 160. Ja gut, dann gehen wir 80. Ich hab einen schlechter. Ähm... Komm hoch. Ja. Was? Ein Messer. Ein Jagdmesser. Achso. Ja, ich hab das Jagdmesser Buch gefunden. Waxi. Roter Rucksack. Okay, danke. Darf ich da auch eigentlich gar nicht mehr nach. Und trinken bringe ich auch ordentlich mit. Essen bringe ich auch ein bisschen was mit. Äh, essen wäre jetzt gut. Ey Leute, wenn ich jetzt hier am Hitzeschlag nochmal sterbe, bin ich raus für heute, ne? Ganz ehrlich. Wieso ist denn jetzt hier verbranntes? Äh, das ist nur, das ist nur kurz. Das verbranntes. Ja, das ist nur kurz. Ich komm aber schon kaum durch. Wer möchte ne Steel Fire Eggs haben? Ich. Ich. Wenn ich Level 5 hab. Killer Lady, ich komm dir entgegen. Ich renne jetzt. Es geht grad. Ich komm mir grad noch zwei Yucca Saft machen. Das ist gut. Äh, ich kann dir mein T-Shirt geben, dann kühlst du auch nochmal ab. Ich kann sonst auch noch ein Stück entgegen kommen. Wenn ihr möchtet. Ich hab nur ein gebrochenes Bein, ich bin ziemlich langsam. Achso. Ich mach noch nen Yucca Saft und komm entgegen. Wo ist denn Killer Lady? Wollen wir uns das Haus krallen wegen? Ja, grün. Killer Lady, ich komme. Wer geht's aus? Äh, das da. Wegen Kochtopf. Ich glaub jetzt hier mal Richtung, hier ist ein fetzen grün. Ich geh mal da schon mal ins grüne rein. Jawoll. So grad so am Rand. Ja, ich wollt das aber echt wissen, oder? Ja, das ist ein bisschen heftig heute, ne? Oh, ich bin trinkenleer. Könnte aber auch in der Gesamtspielerzahl liegen. So minimal. Wir sind mal wieder acht Leute heute, ja. Hi. Wir haben ja heute quasi Quatsch mit Klang. Oh, die beiden Seitenhilfe. Kann ich jetzt nicht was reinlegen. Hier, in der Müll lege ich dir das T-Shirt rein. Dankeschön. Äh, keine Ahnung. Was? Ich hab schon Kochtopf einfach im schwarzen Sack gefunden. Also so ist halt nicht was. Irgendwann hast du trinken vielleicht grad mit bei? Ja, ich hab's. Kann ich dir auch. Ich hab zwei Wasser und ein Yucca Saft. Liegt der auch am Müll. Und ein Yucca Saft küsst du noch von mir drin. Ah, danke. Yucca ist das Beste. Äh, hatten wir ja jetzt grad nen Geier über uns. Das war das für ein Schatten. Ja, 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 ja. Richtung Nord-Westen oben. Okay. Ich glaub du hast nen Schatten. Oh, jetzt brauch ich immer wieder Holz. Halleluja. Jetzt drücken wir hier mal ein bisschen auf die Tube. Danke fürs Entgegenkommen. Bitte. Ich darf ja. So. Ich hoffe ich schau's bis 2.12 Uhr zurück zur Feuerwehr. Okay. Blind hast du aber Ahnung, oder? Ich bleib sofort hier. Hier ist ein Lehmfeld. Blind hab ich ja. Deswegen hab ich ja diesen kleinen Multiplayer. So, ich komm jetzt auch erstmal hoch aufs Dach, dass ich mich nicht mehr in den Müllen kann. Danke. Häuslein ist fertig. Haben wir hier noch irgendwo Steine? Kann man auch noch abkühlen. Dass wir zumindest eine Forge haben, um nicht Kochdruck zu machen. Ich hab mir gerade so viel Lehm geholt, dass ich gerade eine Forge aufsetzen kann. Und such jetzt gerade noch ein paar Steine. Steine habe ich leider auch gerade nicht einzuteil dabei, weil ich gerade Pfeile gemacht habe. Weil ich keine Pfeile einstelle. Wo haben wir denn hier unsere Kiste rein? Für die Forge würde es erreichen. Alter, was habt ihr denn hier für eine Kiste? Ja. Wieder Müll ohne Müll, 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 Müll. Und Müll. Vergiss den Müll nicht. Ich werf meinen Müll mal auch noch rein, dann haben wir noch mehr Müll. Ich fühl mich da oben schon wie ein Deponia. Ja, ne? Müll, Müll, Müll. Eier haben doch 17. Guck mal hier. Honig haben wir jetzt schon 3. Das ist doch schön. Steinchen. Oh! Heiligsblech. Heiligsblech? Ich sehe gerade keine Steinchen. Ich hab noch welche dabei. Warte, warte, warte. So. Ich werd jetzt im Gegensatz zu sonst mal gleich mit Garten anfangen. Ich hab gleich genug Steine. Warum auch immer. Ich mach einfach mal. Ich bastel mir eine eigene Kiste und da kommt Gartenzeug rein. So. Dingsebumse. 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 Ich hab hier 30 Steine drin. Ich hab noch kein Leben. Hat jemand ne Ranch gefunden? I.O. Hier liegt ne Ranch drin. Ja. Hier liegt ne Ranch. Ja, die hab ich da rein. Das ist gut. Das ist gut. Mal hin. Guck mal. Reicht doch. Die Waffen hab ich auch rein. Weil die 70er ist von mir. Äh. Ist das hier ja warm oder eher kühl in den Ecken hier? Wärmer. Also auch kann man nicht hier rumliegen, ne? Ja. Proxy, du blaues Ding. Kannst du mich erst kurz ranlassen? Bitte was? Na klar, darfst du auch so ranlassen. Ja, ja. Ich hab jetzt erstmal mein Zeug zusammen gesucht. Jetzt passt mit meiner eigenen Kiste ranlassen. Ne, wann ist das denn hier? Das ist außerhalb der Dauer. Lass mich heute mal ran. Campfeuer war neulich da hinten. Ja, genau. Oh. Oh. Ah ja. Was ist denn jetzt los? Was ist denn da passiert? Der hat mich gerade durch die Wand getötet. Campfeuer wegmachen, dann mach's weg. Ne, ist ja wurscht. Ich mach die Gartenkiste und mach ich rechts an die Seite. Damit hat jeder weiß. Und da kommt jetzt das ganze Gedön so rein. Hm. Naja, jetzt hab ich wieder Leben. Blueberries machen wir mal. Und Essen. Ja. Nö, Essen hab ich genug dabei. Machen wir mal. Ich muss ja euch eigentlich vorbeibringen, aber irgendwie muss ich jetzt erstmal meinen Rucksack holen. Ja, mach mal. Good luck. Helfen. So. So. Ressourcensteine in nahe Nähe sehe ich nicht. Müssen wir ein bisschen laufen wahrscheinlich. So. Nein! Ich hab keine Bauern gesetzt. Was hast du? Direkt hinterm Haus im Garten bin ich. Ich hab noch keine Bedrollen. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Ich auch noch nicht. Der Eingang ist da bei dem, wie nennt es sich das hier, lufterfrischer da, der der kalte Luft macht. Wie weit ist denn der jetzt weg? Elte Luft macht. Okay, lufterfrischer. Achso. Oh, ist ja schon dunkel. Halleluja. Wird langsam. Die Frage ist, stellen wir die Forge bei uns auf? Nee. Ich würde die drei Häuser weitermachen. Mach doch nebenan beim Hotel oder so, Apartmenthaus. Ja. Ja, zwei. Ja. Ein paar Leitern außendran, hoch. Ja. Zumindest mal da, wo es stabil ist, ne? Und. Ich vergesse aber die Leiter außendran, bitte vergesst die Strohballen unten nicht. Mucki, falls du den Feuerzomm, den noch mal machst, der ist massiv verpackt. So. Das ist jetzt mal fertig. Jetzt mach ich ihm mal Yucca. Äh, Aloe. Ich vermute mal, der kommt nicht damit klar, dass du ihn leuchtend gemacht hast. Der will lieber brennen. Du weißt doch, ähm, Übung hat so alles immer geklappt. Iron für Forge? Haben wir schon einen Forge? Äh, die Eisenbruststücke habe ich schon zusammen gesucht. Achso, okay. Danke schön. Ich lasse doch mal 30 Eisen über. Wrench? Ähm, was ist denn das jetzt hier für den Rest? Wind? 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 Keiner 최대fer? Надо noch mehr die- ich liegende zu flüßen. Hiiii. Hilfen uns jetzt aber nicht weiter. Wir brauchen den Kochtopf ja. hier ist noch mehr futter drin alter ich mache immer ein bisschen sortieren ist der wir müssen raus ich verstehe grüchen gibt es da drin viele bestimmt die kiste direkt neben den kämpfen oder das ist wieder futter kiste oder ja momentan ist doch alles so machen wir doch nicht da mal eine futter kiste ist das falschen ach du bist noch da hinten chaos naja du musst nicht nachts draußen sein novell das ist nett gesagt novell danke für den 15 monat es werden er sagt er sagt von sich es werden immer mehr schlumpf monate mit der besten community der welt eier mal hier hin fleisch mal da hat jemand dann kann der besuchte und drei honig haben wir hier drin ich habe ja richtung osten vorsicht ja 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 wollen wir ja nicht ich sag mal zwei drei leuchten da würdest du ja schon cool und ich mit einem pfeil ich mit einem fall ja also die kreis machen wir jetzt essenskiste das kann man nicht sagen die land claim blocks alle raus ich war noch ein paar kisten ja aber die links dem kämpfeier ist essen wie immer wichtiger wäre ach so noch eine mehr als allererste scheiße hat jemand 20 fanfeiler für mich dass ich eine battle ja 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 warte hier meine müsste alle muck hier haben ich habe hier nur die hälfte gegeben ja ist ja keine money drin gewesen habe ich erst mal noch drin gelassen ich habe doch 58 schuss rein ich bin aus der kiste ich sehe keine hat jemand die shotgun munition geklaut nein wenn ich ich habe alles abgelegt wenn ich was gefunden hätte jetzt haben wir kaffee pilze also eine shotgun mit 58 muni reingelegt habe ich weiß kartoffeln also eigentlich aber brauchen ich möchte nur wo habt denn alle kisten reingeguckt ich habe doch vier munden vier schuss der shop dann nicht mehr habe ich okay durfte auch eigentlich nichts gelangen aber der aloe cream mache ich mal wieder hier rein so war es einfach geklopft ich habe doch da 58 schuss werden also eben okay jetzt hast du wieder 100 kisten gemacht oder wir brauchen keinen sinn macht jetzt erst gut zu gehen werde ich erst mal ich freue mich erst erst du vor dass sich die zombies an dir überfressen nein habe ich nicht vor deswegen werde ich jetzt irgendwo eine rauchen gehen wollte ich mach mal kleidung jetzt in eine kiste rein ja man darf aber nach außen oder so kleidung mache ich das rechts vom campfire das ist auch die aloe cream also helft besser besser zu sagen ich wusste es nicht aber ich habe es gehört so kleidung raus kleidung raus kleidung raus kleidung raus ach die machst du okay dann nehme ich den rest raus ach du scheiße was ist hier los an jeder ecke mindestens vier leuchtende das ist doch schön wir haben nichts am loot gemacht nur an den zombies so um um die fortune gleich aufs laufende zu kriegen wer erklärt sich bereit und macht leitern fertig und geht mit mir zu einem von den hohen gebäuden ich habe kein holz ich gehe dann mit dem hohen gebäude ja ja aus entfernung aber ich muss erst mal meinen rucksack damit ihr alle essen habt wichtig wäre dass irgendjemand so viele leitern macht weil ich konnte eben nicht mehr fahren ich habe nur noch für die fortschritte ja ich habe tausend der kleine kiste das hört sich doch gut an waffen und werkzeuge mache ich erstmal einen rechts werkzeuge links waffen in der einen kiste wenn ich an meinen rucksack kommen würde wäre das natürlich da ist ja noch mehr müll ach du scheiße holy crap das einzige was ich noch so schade finde an der 17 ist dass man die sachen nicht mehr mit e aufnehmen kann noch mehr denn klemplot noch geier vor unserer nase ach du scheiße ja klar natürlich wird man den rucksack von dem kopf gewacht war es jetzt echt? das ist nicht so doof das ist richtig kacke hast du da etwa drogen drinne? meinst du das wäre ein Drogengeier? nee Drogenpolizist ja ich habe den Drogengeier ja hast du mitgekriegt? ja was macht der da? ja ich habe mich verklickt geil was will der hier? ja einmal nicht kurz drauf geachtet und dann voll mit den Händen falsch sch ustedes mehr ging er nicht Entschuldigung aber nicht infekted ne war der Geier ja aber ich bin.. Ich habe sie zweimal getroffen, immerhin, mitten in die Fresse rein ich habe uns bei klappt war die mucke ich habe kein messer hat ich habe ein schiff werden richtig dann machen wir das häuschen größer es wäre super jackman club macht das werkzeug nägel mache ich zu werkzeug das ist aber sehr gewagt nägel zu breite zu machen ja total progressiv ich habe aus versehen sortieren gedrückt ist jetzt alles wieder kaputt gemacht der ist mal blöd blöd nah egel marzipan wir haben denke ich mal auf eins der beiden apartment häuser da drüben ja genau da ist kohle fett kommt doch hierher was haben wir denn hier ich habe erst dönerfleisch genießen aber das ist es ja nicht also der stream an den 24 12 und 31 geht dabei also dünnerfleisch hätte ich jetzt auch gerne so ist auch nicht wieder da ww proxy bleiben beton wo wolltest du das machen mein was dein blumenbeet fragt mich wenn es hell ist dann mal gucken oder wollte das auf dem dach machen nee nee ist das jetzt final hier mit dem frage hat jetzt noch jemand steine und lehm 84 steine habe ich noch steine warte steine pack ich hier in die ich mache jetzt mal noch bandagen ich habe 1300 leben ja leben bräuchte ich eventuell noch ein bisschen 1300 leben ja aber erst morgen da ist fett ach ja einfach auf sortieren ist jetzt wirklich mit knopfdruck ja weil ich die niemals richtig sortiere sortiere sondern ich klatsche alles in kisten rein und dann drücke ich sortieren und das kriegt mir dann das zeug raus was ich brauche inzwischen habe ich da schon ungefähr weiß ich wo die sachen hin sortiert werden deswegen ok das haben wir das minibike teile trich mal woanders hin ich glaube der kopp ist explodiert leere gläser haben wir irgendwo wasser schon gesehen ich habe auch noch 15 leere gläser einstecken also ganz ehrlich wenn wir nicht genug wasser gesehen haben weiß ich auch nicht ich meine ja jetzt nicht aus am arsch der welt sondern jetzt direkt daneben warte 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 einfach Feuerwehr runter das ist doch ein wasserturm oder nicht? das ist doch ein wasserturm Ayo hol mal kurz aus der essenskiste hier wo ich stehe nochmal die restlichen leeren gläser dann kannst du wasser füllen dann kannst du auch nichts falsch sortieren ich habe wasser geteilt warte ich drücke mal warte drücken sortieren haben wir hier irgendwo wasser? ja habe ich geteilt ja warte ich geh mal so dosen warte hol noch die dosen mit Mann raschminute will ich mal den mal den kümmer wegtü in einer Stephenie alleinene Markie water kommen wir mal gleich�י wassert? ich teile mein wasser beruf ahja komm ins b Oxford Blast wasser stehen gerade von mir der honig ein anderes wasser mit einem anderes wasser davon haben wir ganz ein wenig näher wo mein gott jetzt habe ich schon wieder ein kopf an der backer ich sehe es gerade noch ein korn ich warte so wasser 2 ist geteilt sag mal wie viele cops sind denn hier so wer macht die wordbench für meine hohe also ich sag's dir ganz ehrlich für die einstellung werde ich dich samstag einmal töten müssen warte ich guck mal gerade nach ob es geht einmal hat mir gefallen so da haben wir wasser 3 jetzt auch noch ich ziehe schon gleich iodide nach spielende darfst du mich gerne töten es ist noch die 16 juhu die sind doch langsam im wasser ja dann hast du doch dein wasser so wo ist die kleiderkiste wir haben relativ wenig plus fragment könnte man doch ein bisschen aufbessern ja müssen wir generell noch aufbessern ich mache mal bandagen jetzt 19 stück das sollte vorher erst reichen ich habe ja ungefähr 70 oder so also wir haben jetzt noch 61 in der in der kiste und habe jetzt auch noch welche mitgebracht und die also ich glaube worten so 120 glaube ich also hat sich gelohnt ja ja kochpott und hohen die schlecht dass wir hier aber nicht schon herstellen wo ist denn der griff wer hat den grill ja ich hatte ihn gesehen aber jetzt nicht mehr so wasser abkochen ich bin gerade so glücklich dass ich viel gefunden habe wer hat den grill meine frau hat mir gerade was gebracht grill sind zwei stück ich mach mal einen in den kämpfer ja weil ich bin auf einem essen ich müsste mal was ja ja mach mal proxy hast du schon eine bandage fertig läuft brauchst du eine ja an die ist fertig da ich freue mich schon auf samstag kann das kaum erwarten ich glaube da sind einige die das gleiche denken ja ich freue mich nicht das glaube ich nicht stimmen ich mach mal noch ein paar avatars ich habe die nacht genutzt um euch ein bisschen wasser zu teilen also nur das ist schön bräuwolf wo bist du hier so murky water haben wir hier also murky water habe ich jetzt mit also wir brauchen auf gut deutschland machen wir hier zwei bist du blau warte boxy 15 wasser haben wir hier noch drin du bist orange boxy ist blau ich hab wasser gesagt hört man doch ja ich brauche lehm da ist wasser für dich ja nimm es hast du leitern bräuwolf oder was soll ich mich machen was macht macht es nicht der hier drin verdammt wir haben lehm streifen äh hallo du brauchst hilfe hast du gesagt beim ja irgendjemand muss gerade leitern da hoch machen knochen kohle habe ich noch die ich nicht brauche ich weiß gerade nicht wo bräuwolf ist bei dem äh bei der klima nadi geht immer weg da weil da hinten ist noch ein kopf da will ich jetzt nicht ganz so hoch klima ja warte ich mach genau da sind wir komm komm weg sechs nägel was machen das hier klimaanlage also hier drin oder was ah da unten oder aha na gut ich seh was kloppen oh ok so animal hide wir hatten animal hide da unten hingemacht leute ressourcen rein folge so jetzt haben wir auch alles beisammen wieder ich mach da mal cloud fragment zu dem kochpott kochpott komm zurück wunderbar proxy kannst du bitte das campfire stoppen ja so wenn wir zum kochtopf haben brauchen wir das fleisch zu verschwenden da oben äh was willst du verschwenden äh stopp den kochvorgang bitte ja super danke ne ich hab den kochpott ah gut ok stopp wieder einfach dann kann ich ja das fleisch essen was da drin dann haben wir wenigstens schon mal zwei schmieden ach du Herr Wolf ja so jetzt haben wir wieder essen voll und zwei oh bumm so von wo gehen wir denn am besten so das kommt hier hin das kommt da hin noch leere laser ja wir müssen hier irgendwo hoch und da ist der nächste Buller jetzt bin ich aber endlich leer hallelujah ich frag mich gerade auf welches von beiden wir gehen holy shit nimmt das ja das das hattet ihr schon unten ein bisschen gelootet wo ist ein eisen hier dann lass uns doch hier auf der seite hoch hier hoch ja da wo nicht die fenster sind das wird dann 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 dann